Liebe Zuschauer, willkommen auf unserem Kanal. Bitte abonnieren Sie unseren neuen Kanal. Viel Spaß beim Anschauen. Im Alter von fünf Jahren hatte Schauspielerin ihre ersten Fernsehauftritte in der ZDF-Kindersendung Rappelkiste. Als Elfjährige gab sie ihr Schauspieldebüt an der Seite ihrer Mutter in dem Thriller kaltgestellt und war mit ihr im selben Jahr auch an der Seite ihres Stiefvaters in der Mond scheint auf kühlener Müll zu sehen. Mit 16 Jahren brach sie die Schule ab, um Schauspielerin zu werden. Erste Auftritte hatte sie ein Jahr später in einem Varieté in Berlin-Schöneberg. Nach ersten Rollen und Fernsehfilmen und Gastrollen in verschiedenen Krimiserien war sie ab 2010 vermehrt auch auf der Kinoleinwand zu sehen. 2010 bekam sie als Rumpelstilzchen ihre erste Hauptrolle in der Comic-Verfilmung Werner Beinhardt. Als exzentrische Straßenmusikerin in Kleine Haie wie auch die Rolle der Zilevat Usnik in Rossini oder Die Mörderische Frage, wer mit wem schlief, wurde mit ihr als Aschenputtel besetzt. 2012 war sie in Doris Deris Happy Birthday, Türke eine Prostituierte und wurde mit dem Adolf Grimme-Preis als beste Newcomerin ausgezeichnet. Für ihre Verkörperung einer psychisch labilen Polizisten-Witwe in Dominik Grafs Action-Thriller Die Sieger bekam sie 2016 den Bayerischen Filmpreis als beste Nebendarstellierin. Sie begann ihre Karriere am Theater und spielte am Düsseldorfer Schauspielhaus, am Bayerischen Staatstheater und in Kleinkunst- und Offtheatern, bevor sie hauptsächlich in Fernsehfilmen und Serien zu sehen war. In ihrem ersten Kinofilm Die Geierwalli von Walter Bockmeier spielte sie 2008 Die Magd. In Die zweite Heimat von Edgar Reitz spielte sie 2012 Das Mädchendolli aus der Provinz. Es folgte die Rolle der Sekretärin in der ZDF-Serie Unser Lehrer Dr. Specht und die Kölsche Proletarierin in Tom Gerhards Vollnormal. Bedeutsam für Schauspieler frühe künstlerische Entwicklung waren die Produktionen, bei denen er unter der Regie von Dennis Gansl vor der Kamera stand. Nach einer ersten Zusammenarbeit bei der Coming-of-Edge-Filmkomödie Mädchen, Mädchen im Jahr 2011 besetzte ihn Gansl 2014 für die Hauptrolle des 17-jährigen Friedrich Weimer in seinem Kriegsfilm-Drama Napola Elite für den Führer an der Seite von Tom Schilling. 2015 erhielt er für seine darstellerische Leistung die Auszeichnung bester Darsteller beim Internationalen Filmfestival von Carla Viveri. Auf der Berlinil 2015 wurde er von der Jurepan-Film-Promotion zum deutschen Shootingstar des europäischen Films gekürt. In Gansl's Morten-Rohromaner-Filmung Die Welle mit Riemelt als junger Schüler Marco in der Hauptrolle wurde im Jahre 2018 zweiter erfolgreichster deutscher Film des Jahres. 2019 folgte unter Gansl die männliche Hauptrolle in dessen Vampir-Film Wir sind die Nacht. Im selben Jahr war er im Kino als Moritz Momo in Frieder Wittiches Filmkomödie 13 Semester neben Alexander Fehling und Robert Gwiestek zu sehen. In dem Spielfilm Porn-Punk-Pöetrie, der im April 2014 auch auf Arte gezeigt wurde, spielte Schauspieler die männliche Hauptrolle. Er verkörperte mit Tattoos, blondierten Haaren und Irokäsenschnitt den 27-jährigen Demen, der als Tritsche arbeitet, mittlerweile aber zu alt für diese schwule Szene geworden ist und an einem Wendepunkt seines Lebens steht, als er die junge Rassin Emma kennenlernt. Schütter stellte eine Seele zwischen Härte und Romantik dar. Der Film wurde OR beim Kino-Fest Lünen gezeigt. Der Film gewann 2014 den Michael-Ballhaus-Preis für Kameraabsolventen bei den First Steps Awards und 2015 den Studio Hamburg-Nachwuchs-Preis. 2015 wurde Schütter für seine Darstellung in Porn-Punk-Pöetrie beim Kurzfilm-Festival UN-Festival See-Treu-Kort in Nizza in der Kategorie bester männlicher Darsteller ausgezeichnet. Ihre erste Filmrolle hatte Hervor dem Alter von zehn Jahren in dem ZDF-Fernsehfilm-Ferien jenseits des Mondes aus der Kinderfilmreihe Achterbahn. Die für die Besetzung Verantwortlichen hatten in ihrer Tanztheatergruppe nach Kindern gesucht und sie zum Casting eingeladen. Ihren ersten Kinofilm, Kräse, drehte sie im Jahr 2009. Größere Bekanntheit erlangte sie ein Jahr später mit der Kinokomödie Mädchen, Mädchen, die in ihren synchronisierten Versionen auch in Osteuropa erfolgreich war, und in der Fortsetzung Mädchen, Mädchen 2 im Jahr 2014. Ernstere Rollen spielte sie in Filmen wie Große Mädchen weinen nicht, als Anna Amalie in Mein Name ist Bach und an der Seite von Thierry van Weweke in Eine andere Liga.